Dear Ladies and Gentlemen, this video film is devoted to the routine life of many teenagers and covers general hobbies and interests of today's youth. Liebe Damen und Herren, dieser Video-Film widmet sich dem täglichen Leben, vieler Jugendlicher und umfasst die allgemeinen Hobbys und Interessen der heutigen Jugend. Have a nice watching! Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen. Our daily life, unser Alltag Our day begins with jogging. Jogging ist sehr hilfreich für unsere Gesundheit. Moreover, it trains our body and keeps it fit. Then, we have a breakfast. Having finished the breakfast, we go to the bookshop. Nach dem Frühstück gehen wir zu dem Bücherladen. There are a lot of books here. Lesen für uns ist die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Wir entfliehen dem trösten Alltag und reisen in die Welt der Fantasie. Reading is very important in our life. It develops as spiritually and intellectually. Afterwards, we get a little bit hungry, so we have a lunch. After the lunch, we usually go cycling. Das macht viel Spaß. Meistens, wenn ich Zeit habe, fahre ich gern Fahrrad. Das ist die schönste Freizeitbeschäftigung. Und das ist auch sehr besonders gesund. Aber der wichtigste Hobby für uns ist die Worte. Das ist die Worte. Das ist die Worte. Es ist die Worte. Malen ist mein Lieblingshobby. Es ist wie eine Sucht. Ich vergesse die Zeit und alles, was um mich geschieht. After drawing, we go home and have a dinner, and so ends the day.